So, guten Tag, wer auch immer du bist. Ich hab dich nicht nur vom Sehen. Ach echt, der landet am Flughafen. Was ein Zufall. Ich dachte, der landet am Busbahnhof. Na gut, da haben wir uns wohl missverstanden. Ich glaub, wir sollten jedes Mal das Auto ganz schlassen, wenn wir ein wichtiges abholen. Aber was reden hier alle von Europäern? Ich bin doch der Europäer. Ich bin doch schon längst da. Let's get started. Hey, look, what you're doing with that place? The palace? Proper naughty. About time too. Los Santos needs some nightlife. I mean, as much as I love hitting the tube with lonely old rich guys in their hills, but it's getting a bit blöd. Oh, Junge, was sind das denn hier für Leute? Hey, hold on. Schick. I think we see your plane coming in. What do you mean, Mr. Ramway? No, he can't be passed out. Not with all the people in his system. Get up there and do something. Push some buttons. Drück irgendwelche Knöpfe. Bitte drück nicht irgendwelche Knöpfe. Jesus, there are so many buttons. Just press one. It's what you do for a living. A DJ or a fucking pilot. Go on, you've got this, my son. Make me proud. Bitte drück nicht. Oh, nein. Wieso ist es eigentlich eingepennt? Ja, drück es bitte nicht nochmal. Oh, nein. Das raucht schon. Oh, Gott. Nein. Mach ich, mach ich. Nein, bitte fliege jetzt nicht. Nicht auf meine Hand. So, der hat ein abgestürztes Flugzeug. Ich hab ein kaputtes Auto. Fällt mir auch. Oh, nein. Oh, nein. Leider. So, die folgen wir haben. Oh, nein. You all right? Oh, thank God for that. So. Now you know what not to do. Okay? Point the stick again and keep the sky up there. The earth down here. Hey? Ach, wir müssen nach links. Und... Fuck. Ja, Driften hab ich auf jeden Fall noch drauf. Auch wenn ich's nie gemacht hab. Fast nie. Check it. He's over Legion Square. Easy does it. All right. Easy does it. Mellow vibes. Das ist nicht so leicht mit ner Fliege, die mich hier gerade ein bisschen nervt. Montags Nachmittag, also mit Montag und schön verbinde ich einen, mit dem Wort schön verbinde ich einen anderen Wochentag. Aber okay. Ich glaub, wir müssen auf den Freeway. Ja, mach ich. Egal, es sind wir gleich so. Schieß Kennzeichner haben wir. Warum ist da nicht mein Name drauf? Oh nein, wir verlieren dich. Ich hab Vorfahrt hier, danke. So, jetzt geben wir aber Gummi. Oh, der will jetzt landen. Na, ich sag mal, besser ist weiterfliegen, weil irgendwann kommt das Meer. Und ich glaub, da wollen die ganz sicher nicht landen. Folge ist, hallo. Solo. Solomund. Fuck, ey, weil er denkt nicht solchen Namen aus. Oh nein. Ich glaub, das geht langsam nach unten. Ich glaub, ich glaub, ich glaub nicht nur so gut, aber... Ähm, boah. Zum Flugplatz. Ist doch gut zum Flugplatz. Okay, sie gehen nach unten. Jetzt aber fix. Ich will die Landung sehen. Und hoffentlich nicht den Notabsturz. Okay, sieht ja schon mal ganz gediegen aus, was sie hier machen. Ich glaub, die hätten die längere Landebahn nehmen sollen, aber... Schön. Dass wir uns doch einer nehmen, das Verlustrad. Hey, Solomon. Wo hast du den Pilot gefunden? Der Spitzenklasse. Komm her. Ich sag dir, du wärst ein Miracle-Werker. Ich will auch wissen, wo du den aufgenommen hast. Du, ich. Ja, und jetzt, wenn wir den ganz Weg zurückfahren, na, ganz fantastisch. Hallo, wir sind wieder da. Jo, wie schnell sind wir denn ausgestiegen? Hallo, kannst du bitte mal die Tür vom Auto zu machen? Ach, ist eh nicht meins. Wenn's geklaut wird, ist mir auch egal. All right, follow me. Right this way. Okay, make way for talent. Celebrity a-walking. Hey. Mind how you go, Twinkle Toast. Just down here. Here we go. Watch out, old bean. Solomon, baby. Come here. Yeah, sorry, my flavor's delayed. He's a little shaky, but he's gonna be all right. Sorry, I never met you, but I'm a massive fan. Massive fan. Me too. Solomon, VK, Akung. Yo, I've got some serious ED. Oh, I'm sure you do. No, 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 EDM, EDM. I made a whole USB of tracks that I produced. This is Lazlo. Hi, 10. Too slow. Come wait. Come on. Shall we? I'm a DJ too. I spend a lot of, you know, birthday parties for kids to make extra money. I'm... Because I can't always pay my rent because I live in the engine. I'm a baller. I'm a baller. I'm not desperate. I'm a... I'm a celebrity. People love me. Come on. I love big pretzels like you people. Ah, here it is. We've done it. The party. We got the fucking party. We are the fucking party. Excuse me. Ähm, ist das so mit Corona, ohne Corona-hygiene-bestimmung eigentlich zugelassen? Operational, whatever you want. Tony! Hey, Baby! That's a nice dress. The timeless glass of latex. Let's go! Ja, dafür hab ich auf jeden Fall gezahlt. Nein, bitte. Ich bin der Chef. Kann ich den nicht einfach feuern? Yes, 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 yes. Jesus. Tonight, at the opening, um... The Palace! Yeah, Los Santos has finally figured out how to party again. You're gonna join me, DJ Laszlo, in welcoming my very best friend. I discovered him in Ibiza, which is in the Netherlands. The set was amazing. He is starting his first ever residency in the United States in this club. Alright, please. All of you, give it up. For the one, the only, Solomon! Oh, let me think about it. Okay, great. Bitte, denk sehr lang darüber nach. I'm gonna be down here with the chicks fucking grinded, bro. And Molly, bro. Oh, Molly! Junge, der hat doch irgendwas genommen. Der ist doch nicht mal ganz dicht in der Birne. Oh, das sieht doch schon viel besser aus. Beliebt. Wandresor. Ich hab ein Wandresor wo? Oh, Beliebtheit. Okay, wir schauen mal, was wir hier so noch so Schönes machen können. Der Laden läuft auf jeden Fall schon mal. In den Livestream des DJs anzusehen. Wer ist denn gerade? Ja. Den wollen wir als DJ haben. Okay, willkommen in Club Management for the Internet Banking Age. In my day, you did this with a rotary phone and some chutzpah. Now it's graphs, clicks and metrics, and you'll know you're broken and washed up before anyone's even walked through the door. Thank you, Data, for taking the joy out of life. If you've got half a brand, you'll know what's happening just by walking around the place. But this home screen will show you the club's popularity and the warehouse's stock in nice, easy to understand charts. like you're an idiot or an investment banker. For the club, popularity means feet are coming through the door. There's cash in the tills and everyone's happy. For the warehouse, your techs will push your other businesses to generate illicit goods. And they'll all get stockpiled in here. Your whole criminal empire under this one roof. The techs do the work buying, stealing or producing and all you need to worry about is selling the stuff, offloading illegal products and bringing in nice, legal laundered cash. Das gefällt mir. Schön, Besitzer, Police, Ort Del Peuch. Junge, schweiß gerade mit der Polizei, was willst du? So, ähm, Nachtclub-Polizei ist, glaube ich, hier gerade gestorben. Gesamtverdienst null. Come through to the nightclub-Management-Tab and you'll see some more numbers if that's your kind of thing. But more importantly, you can run promotions for the club by hitting, you guessed it, promote club. The staff, the DJs, me, will all be doing everything we can to run on a banging night. But to get the buzz, increased popularity and bring in cash, we'll need to promote it. Run a job and you'll see what I'm talking about. Okay, aktuellen Tagseinnamen, 10.000, schon mal gut. Volles Haus. Frisorkapazität noch nix. Pomi auf Dritte in Null. Here's where you book the talent. Any DJs, Dave is talking to, will show up here. Then you can choose who you want in residence. Salomon is killing it up there right now. But if you feel like you need to freshen things up, there are some options. 100.000 zum Buch. And this is the warehouse page. You'll see any and all of the illegal businesses you own registered here. Assign a warehouse tech to the product you want to stockpile and they'll use your established network to bring that in. At no additional cost or effort to you. You've got one tech at the moment, but you can hire additional people for additional products on this page too. Wichten sie für... Äh, nein, möchte ich nicht. And now to the sell page. Your text will get hold of the product. But you've still got to sell it. Either sell one product at a time or offload all your stock. Or if you want to make some real money, top buyers will have specific shopping lists of products. And they'll pay a premium if that whole order is filled. Most of the money goes to you. Some goes to the club, of course. Okay. This is the upgrades page. Improve security or modernize some of the equipment downstairs. Whatever you need to increase productivity. Ausfussung. Good luck. And remember, I didn't know any of this was going on. Personal und Sicherheit. Kaufen sie diese Verbesserung, um Aufrüstung höherer Qualität zu benutzen. Dies wird die Produktivität ihres Lagerhaustechnik verbessern, sodass sie schneller Güter einlagern. Personal kaufen sie diese Verbesserung, um zusätzlich Barkeeper und Türsteller einzustellen. Dadurch sinkt die Beliebtheit des Nachtclubs täglich etwas weniger. Was? Moment. Dadurch sinkt die Beliebtheit des Nachtclubs täglich etwas... Hä? Aber meine Beliebtheit soll doch nicht sinken. Was ist das denn? Hä? Kaufen sie diese Verbesserung, um sie jetzt Personal einzustellen und Überwachungsausrüstung zu installieren. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit verringert, dass der Nachtclub angegriffen wird. Ja gut, also das klingt zwar alles schön, aber wo kann ich denn hier jetzt was schönes Club erwerben? Sind das hier in Club... Hm, nee, okay, das würde ich sagen, machen wir dann ein anderes Mal. Okay, dann würde ich sagen, was von diesem Video... Ich werde das wahrscheinlich in drei Teile unterteilen, weil ich habe jetzt 55 Minuten aufgenommen. Und da ist das einzige, das Video hochzuladen wäre einfach viel zu krass. Deswegen teile ich das hier in drei Videos auf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute! Und dann geht's weiter.